Das ist hier Lischow. Da kommen wir jetzt rein am 22. Oktober 2012. Lischow. Was gibt es hier denn? Großes Gebäude. Gelbes Gebäude. Lägerhof. Hier ist Vollende. Lischow. Kommt da noch was? Jan, komm mal auf. Nee, da kommt noch was. Fretmark hier. Lischow. Wie alles hübsch, ne? Guck mal. Gibt es ja aber gar nicht. dass, also nicht. Nur okay, nur gleich mal hier ist. Oh Mann, einfach mal sehen, wo der Weg kommt. Ich denke, wir machen Schluss, mittelisch hoch. Jetzt sind wir längs. Friedrichsdorf, da längs. Okay, Friedrichsdorf, da versuchen wir mal die Strecke von Lischow nach Friedrichsdorf. Mal sehen, ob das irgendwie befahrbar ist. Mal sehen, okay.